Erfindungen, die der Mensch gemacht hat, sind einzigartig und manchmal außergewöhnlich. Einige bedeutende Entwicklungen gelten als besonders revolutionär, sei es die Erfindung des Rades, die Entwicklung von Marsrovern, das Internet oder das erste scharfkantige Werkzeug, das durch das Zerschlagen eines Steins auf dem Boden hergestellt wurde. Hier haben wir eine Liste von zwölf umwerfenden Erfindungen, die Sie interessieren werden. Jabi Während Sie sich amüsieren, bringt Jabi Ihren Herzschlag in Schwung. Der Jabi wurde auf sichere Schläge bei Spielern aller Altersgruppen getestet und für völlig sicher befunden. Die Gummivorderseite des Jabi wirkt wie ein umgekehrter Airbag, der Luft abgibt, wenn er einen Gegner trifft. Jeder Schlag wird von den 60 Spezialfedern abgefedert und hinterlässt beim Aufprall einen weichen Eindruck. Mit anderen Worten, Sie müssen sich keine Sorgen machen, Ihren Gegner zu hart zu treffen. Mithilfe der Jabi-App kann dieser ausziehbare Arm auch mit Ihrem Handy verbunden werden. Mit Jabi können Sie Ihre ganze Familie auf spielerische Art und Weise beschäftigen. Sie erhalten ein sicheres, unterhaltsames Vergnügen, das Spiel und körperliche Betätigung auf die bestmögliche Weise verbindet. Quietschsaubere Füße Der Quietschsaubere Füße ist ein innovativer Fußreinigungsschuh, der Ihnen hilft, Ihre Füße in Form zu halten und für saubere Füße zu sorgen, was eine bessere Hygiene fördert. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine hochwertige Lösung für Wasserfüße, die den gesamten Fuß reinigt und sogar an schwer zugängliche Stellen wie die Zehenzwischenräume gelangt. Die eingebaute Seifenschale erleichtert die Verwendung der Seife, die Sie zum Waschen Ihrer Füße wählen. Dieser Schuh ist für alle Hauttypen geeignet und hat eine feine Textur, mit der trockene oder schuppige Haut sanft, aber effektiv entfernt werden kann. Nachdem Sie die Seife Ihrer Wahl in die Seifenwanne gegeben haben, wird die Seife zu den oberen Schrubbern der Reinigungsbrücke geleitet, um die Zehen und den oberen Teil der Fußwanne zu reinigen. Biki – die leistungsfähigste, umweltfreundlichste und leichteste kabellose Unterwasserdrohne. Er ist der einzige Unterwasserroboter mit einzigartigen Funktionen wie automatischer Balance, Ausweichen vor Hindernissen und Rückkehr zur Basis. Mit seiner 4K-Kamera kann er eine beeindruckende Unterwassersicht bieten. Biki ist bewusst kompakt gehalten, um sicherzustellen, dass er leicht mitgenommen werden kann. Mit diesem intelligenten Roboterfisch können Sie die Unterwasserwelt aus einer neuen Perspektive betrachten. Biki ist mehr als nur eine leistungsstarke Unterwasserdrohne. Er ist auch ein Roboter-Tier mit vielen Gefühlen. Mit der Kamera können Sie 90 bis 120 Minuten lang in einer Tiefe von bis zu 196 Fuß schwimmen. Darüber hinaus kann Biki die Kamera stabilisieren, so dass selbst bei Dunkelheit und in großer Tiefe flüssige Videos und scharfe Fotos entstehen. Splach-Transformator Der Splach-Transformator kann als unkonventionelles Transportmittel für Pendler dienen. Seinem Aussehen nach ist er sportlich, anpassungsfähig und wertvoll. Der Motor verfügt über ein ausgezeichnetes Drehmoment von 960 Watt, das es Ihnen ermöglicht, über verschiedene Strecken zu fahren. Darunter unbefestigte Bahngleise, belebte städtische Dschungeln, Steigungen und sogar lange felsige Straßen. Darüber hinaus sorgen das überlegene Doppelfederungssystem und die ultrafeinen Qualitätsreifen für eine verbesserte Traktion und Stabilität. Er kann auf jedem Untergrund für mehrere aufregende Abenteuer eingesetzt werden. Seine Reifen mit einem Durchmesser von 10 Zoll können sowohl für Fahrten auf der Straße als auch für Fahrten im Gelände verwendet werden, je nachdem, wohin die Reise gehen soll. Cosmo Verbunden Fahrrad- und Motorradfahrer werden im Straßenverkehr häufig übersehen, wodurch die Gefahr besteht, dass sie von anderen Autos angefahren werden. Cosmo Verbunden, ein Helmzubehör mit abnehmbarem Bremsrücklicht, bietet eine einfache Möglichkeit, sich im Straßenverkehr zu schützen. Er verfügt über ein eingebautes Bremsrücklicht. Dieses Licht blinkt in einem hellen Rot, wenn ein Motorradfahrer langsamer wird. Diese Funktion zeigt an, dass Sie langsamer werden und kann von jedem hinter Ihnen gesehen werden. Es verfügt über eine integrierte Smartphone-App, die so intelligent ist, dass die Cosmo Smartphone-App automatisch ihre zuvor ausgewählten Kontakte und Nothelfer benachrichtigt, wenn ein Unfall erkannt wird. WineBullet WineLabs ist ein kreatives Team, dessen Ziel es ist, innovative und wertvolle Produkte herzustellen, die perfekt für den täglichen Gebrauch sind. WineBullet ist eine innovative Erfindung, die als Notfall-Fensterbrecher fungiert. Er ist mit einer starken, wohlfragenen Carbidspitze ausgestattet, die einen direkten Aufprall gewährleistet und einen kräftigen Schlag erzeugt, der es dem Fahrer leicht macht, die Scheibe des Fahrzeugs zu zertrümmern, um in einem Notfall zu entkommen. Im Notfall wird die Spitze des Geschosses einfach gegen die Seitenscheibe des Fahrzeugs gehalten. Der interne, federbelastete Schlagbolzen löst die Hartmetallspitze aus und lässt gehärtetes Glas zerspringen. BeastGrip Dove Adapter Dank der jüngsten Fortschritte in der Smartphone-Kameratechnologie kann heute jeder erstaunliche Inhalte produzieren. Sie brauchen Werkzeuge, um mit Ihrem Smartphone hochwertige Inhalte zu erstellen. Egal ob Sie ein Livestreamer, ein mobiler Journalist, ein Filmemacher, ein Fotograf oder ein kleines Unternehmen sind, Sie haben die Möglichkeit, den Fokus wie bei professionellen Kinokameras manuell zu ziehen. Sie können ein hochwertiges Objektiv mit Ihrer leistungsstarken Smartphone-Kamera in der Hosentasche verwenden, um einen hervorragenden Blick zu erzielen. Dank der achromatischen Doublet-Makrolinse, die chromatische Aberrationen reduziert, kann Ihr Smartphone im Makromodus schnell fokussieren. Die perfekte Aufnahme ist das A und O. Daher wurde das neue Design so konzipiert, dass Benutzerfehler ausgeschlossen werden und die Bedienung einfacher denn je ist. Atmos Atmos ist nach Atmosphäre benannt, was sich auf die hohe Frequenz und den hohen Druck in der Atmosphäre bezieht und die hohe Leistung des Produkts verdeutlicht. Atmos ist wahrscheinlich die leistungsstärkste, langlebigste, kompatibelste und praktischste Vakuum- und Luftpumpe der Welt. Beim Outdoorsport kann sie Ihnen helfen, Platz zu sparen und ein viel besseres Benutzererlebnis zu haben, egal wo Sie hingehen. In unserem täglichen Leben gibt es immer viele Aufgaben zum Aufblasen und Entleeren, wie zum Beispiel Luftkissen oder Aufblasen eines Balls, der Luft verloren hat, Vakuumversiegelung eines Lebensmittelbeutels, um Lebensmittel frisch zu halten. Oder der Versuch, Kleidung vor einer Reise in einen Koffer zu packen, in dem ein Vakuumbeutel versiegelt wird. GO DUO Lautsprecher Die KNZ GO DUO Lautsprecher wurden in der Kategorie Unterhaltungselektronik mit dem Preis für das beste Produkt ausgezeichnet. Die GO DUO Lautsprecher sind einfach einzurichten und bieten die bestmögliche Quangqualität und maximalen Komfort. Sie sind gedacht, um lange Zeit zu halten. Sie ermöglichen eine uneingeschränkte Wiedergabe von bis zu 18 Stunden. Das ist 50 Prozent länger als bei anderen kabellosen Lautsprechern. Dieser Lautsprecher ist mit einem Magneten ausgestattet und kann an Regalen, Kühlschranktüren und vielen anderen Oberflächen aus Stahl und Eisen befestigt werden. Die GO DUO Lautsprecher sind robust genug, um widrigen Wetter- und Umweltbedienungen zu trotzen. Sie sind stoßfest, staubdicht und wasserfest, sodass Sie sie überall einsetzen können. Meura Leinwand 2 Mit dem Meura Leinwand 2 können Sie eine riesige Sammlung der inspirierendsten Kunstwerke der Welt an Ihre Wand hängen. Auf einer elegant gestalteten digitalen Leinwand können Sie Ihre eigenen Fotos neben Gemälden und Fotografien von etablierten und aufstrebenden Künstlern ausstellen. Dank der True Art Technologie sieht jedes Kunstwerk so echt und strukturiert aus wie auf einer herkömmlichen Leinwand oder einem Druck. Sie können Kunstwiedergabelisten mit einfachen Handgesten online oder über die Handy-App ganz einfach anpassen und durchlaufen. Mit Meura Leinwand 2 können Sie dank des modernen Designs und der innovativen Technologie mehr von dem, was Sie lieben, entdecken und in naturgetreuen Details darstellen. Über 30.000 Bilder von einigen der größten Künstler der Geschichte und aufstrebenden Kreativen sind in einer vielfältigen Bibliothek verfügbar. Der Rahmen hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Persönlichkeit zu zeigen, Ihren Wänden, Farbe zu verleihen und wertvolle Erinnerungen zu präsentieren. Smart Schuh Die Funktion des Smart Schuh eignen sich für eine Vielzahl von Nutzern und Personen, darunter Sneakersammler, Sportler, Gesundheitsenthusiasten und alltägliche Nutzer, die sich gut gestaltete Schuhe wünschen. Die Bewegungssensoren des Smart Schuh messen den Vortrieb, die Aufprallkraft, die Ermüdung, die Körperhaltung, die Schritte, den Kalorienverbrauch und vieles mehr, um präzise Informationen zu erhalten, die Ihnen helfen, gesund zu bleiben und jegliche Art von Fußverletzungen zu vermeiden. Das Design dieser Schuhe umfasst Funktionen wie Wärmekontrolle und automatische Schnürung. Der Smart Schuh ist aus Neotec EVA und extrem leichtem Premium-Leder gefertigt. Er nutzt Bluetooth 4.0-Konnektivität, um präzise und genaue Aktivitätsdaten durch integrierte Hardware zu sammeln. Diese Daten werden dann an Ihre Smartphone-App für iOS oder Android für eine detailliertere Analyse gesendet. Inmo Air Inmo Air ist die weltweit leichteste, modische und intelligente AR-Brille mit einem Gewicht von nur 76 Gramm, die sie bei der Erledigung ihrer täglichen Aufgaben unterwegs unterstützt. Die Inmo Air-Brille überlagert reale Daten in Form von computerisierten Informationen. Sie verfügt über eine leistungsstarke HD 720p Kamera, ein fortschrittliches optisches Waveguide-Display und einen Quad-Core-Prozessor. Außerdem verfügt sie über Bluetooth- und WiFi-Verbindungen, Gesten- und Sprachsteuerung für freihändige Kommunikation und Informationsaustausch. Es handelt sich also um eine vielversprechende und sichere Wearable-Technologie. Inmo Air unterstützt sie bei der Vereinfachung ihrer täglichen Aktivitäten. Wenn Ihnen das Video gefällt, schauen Sie sich dieses Video an – zwölf coolste Gadgets, die Sie genießen werden. Spannung start!